Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schaut mal euch den Turm an. Der ist so hoch. Ich muss schon vor meinem Klavier den Hocker nehmen. Der ist so hoch. Ich habe gerade meine Disco-Kugel an. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Hi, guckt mal, wie hoch er ist. Der ist einmal ganz normal. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt mich gesehen. Und das war es mit dem Video. Bis dahin und ciao.